Oh Gott, ich habe fucking 34 Gold. Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Minispiele. Heute mit dabei die Chironaya. Hallo, wir spielen Bad Wars. Yeah. Werde sich so oft gewünscht bei mir und ich mache es einfach nie. Oh Gott, ich muss mich wieder an das Kaufsystem gewöhnen. Äh, das ist die Mitte, richtig? Ja. Ich muss mich an die Maps gewöhnen. Oh ja, es sind die Steine, die wechseln ja wie Farbe. Hä? Tatsächlich? Ich wurde wieder zurückgeportt von meinem Weg. Oh, ich auch. Aber der Weg wurde gebaut. Ey. Ach nee. Alle Leute, das kann eine gute Runde werden. Wenn nicht nur wir die Probleme haben, dann haben sie dann alle. So, also den Weg konnte ich schon mal so weit bauen. Wir spielen und lieben die Lecks auf diesem Server. Aber, nee, wir haben tatsächlich volle Verbindung. Da gibt es auch Leute mit einer schlechteren Verbindung. Alter. Boah, da haben manche... Alter. Boah, da sind manche rot. Alter. Hör auf, von Villager zu stehen. Das ist ja nervig. Gibt es hier Eisen wahrscheinlich auf dem Boot oben, ne? Keine Ahnung. Mein Gott, ich bin hier eigentlich gerade hinterher gespannt. Ja, ich meine, das ist mit Sicherheit irgendwo Eisen, oder? Nö. Aber ja, die scheinen alle das Problem zu haben, weil irgendwie ist noch keiner in der Nähe der Mitte. Da oben vielleicht. Oder sterben direkt. So, ich muss jetzt mal erstmal die Karte erkunden hier. Also der eine ist heftig hier schon mal das ganze Gold, obwohl wir die ganze Arbeit gemacht haben. Ja, natürlich, ist logisch. Ein Team baut sich so ein bisschen zur Mitte hin. Die anderen beiden bleiben einfach komplett in der Phase. Ja, weil die auch in und her gebrotet werden. Oh Gott, das sieht geil aus. Oh. Blau kommt so langsam. Ihr habt noch nicht genug Blöcke. Ich habe irgendwie 17 Blöcke. Ich kann mich denen jetzt nicht groß entgegenbauen. Oh Gott, der eine macht Fast Bridging. Ja, wenn man es kann, ne? Oh ja, dann wie er das konnte. Wo ist das Bett überhaupt auf dieser Karte? Keine Ahnung, ich habe gerade versucht zu suchen. Oben auf dem Schiff ist es schon mal nicht. Okay, dann weiß ich schon mal, dass ich da nicht hingehen kann. Wie wäre es denn hier rechts? Vielleicht ein Baum drinne? Rechts ist Eisen. Hier ist eine Leiter nach oben. Aber ich meine, das ist fies, wenn man nicht hergebrotet wird. Der eine ist, glaube ich, deswegen gerade runtergefahren. Ich bin nicht heruntergebrotet. Bin ich blind oder warum ist hier kein Gold? Ach, das kommt von oben. Wo ist denn das verdammte Bett? Ich sehe es nicht. Alter. Lässt ihr mich jetzt mal in Ruhe? Ich versuche gerade meine Wette zu verstören. Alter. Man, oh, die haben mich getötet. Nervt mich doch nicht. Das eine Team ist jetzt auch endlich. Ich gucke jetzt, ob das auf unserem Boot ist. Haben wir einen Dude, der sich hier die ganze Zeit einbaut? Ich will doch einfach nur wieder zurück. Also hier oben ist es... Also wir grüßen ja... Hilfe! Auf dem Schiff rechts ist das. Hilfe! Ich glaube, uns verfuckt hier... Mich verfuckt hier einer, oder? Gelb, ja? Juhu. Okay, tot. Aber ja, Christina, hier links auf dem Schiff... Oh. ...unter dem großen Mast da drinne ist das. Ah, okay. Alter, man will sich... Also das ist, ich muss sagen, die Sonne wird genial. Dadurch, dass man sich hier ganz hin und her portet. Man weiß eigentlich nie, wo... So, Eisen war auf den Nebeninseln, ne? Ne, ne, das ist hier bei uns. Achso, okay. Ich brauche Feile. Hier, hier, hier. Hier ist es. Äh, hier links. Okay, 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 okay. Ja, ich habe mich wieder zurückgeportet. Ich habe es gemerkt. Was ist das? Jetzt bin ich wieder beim Eisen. Egal, jetzt habe ich wieder was eingesammelt. Die magische Runde. Wir lassen uns einfach ein bisschen hin und her fliegen. Okay, das Bett von Blau ist weg. Okay, das ist das Team, was ich, glaube ich, zerstören wollte. Nein, nein, das ist nicht unseres. Blau ist das Team, was ich zerstören wollte. Mh, eine Bogenlogen. Oh mein Gott, ich wollte mich da gerade nur zu... Jetzt wird es richtig scheiße, wenn man sich hin und her portet. Ist unser Bett denn zugebaut? Äh, ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Wo ist es denn überhaupt? Ich check einfach... Auf dem Schiff? Recht. Du gehst auf dem Schiff hoch und dann gehst du nach rechts. In diesem Gebäude. Ja gut, dann würde ich mal sagen, baue ich es mal zu, ne? Es ist so offen. Ich habe versucht zu fastbruschen, aber hatte ich irgendwie nicht funktioniert. Offenherzig hier. So, vielleicht bemerkt sie mich nicht, doch habt mich bemerkt. Schade. Tschüss. Kryptonit. Kryptonit mit nüt. Hallo Christina. Hallo. Ich bin mal wieder zurück. Jo. So, ich habe mal ein bisschen Eisen eingesammelt, hoffentlich. Ich werde es ja bemerken, wenn ich nicht gleich wieder vorne ausstehe. Es ist einfach nur lächerlich. Es ist einfach nur lächerlich. Oh Mann. Was will man machen? Man muss damit jetzt leben. Jo. Ach, na gut. Wir können damit ja umgehen, ne? In der Tat. Wir sind ja schließlich schon fast gute Spieler. Aber auch nur fast, ne? Ja, nur fast. Aber auch nur fast. Oh Gott, Gelb hat nen Bogen, Gelb hat nen Bogen. Ja, Gelb war grad bei uns drin, aber... Ja, und Gelb ist in der Mitte. Der Kryptonit, der blockt alles ab. Na, kommst du runter, Gelb? Ich weiß genau, dass ich in der Mitte bin. Gelb kommt, Gelb kommt, Gelb kommt. Chill, Kryptonit. Ja, Gelb kommt trotzdem. Und hat nen Bogen. Ja, ein Schiff. Gelb baut sich hoch zum Schiff. Ja, lass ihn mal. Auf der Seite. Bist du oben? Bis oben? Ja, ja, ja. Gut, weil der kommt jetzt von da. Nö, der haut ab, weil ich hab den... Was denn was? Ich hab ihm den Pfeil in den Nacken gegeben. War das auch nen Bogen? Ja, klar. Der Undercover-Bogen. Ah, der Wand war die in der Mitte und hat nen Bogen-Bogen. Ja, ich wollte das sagen. So, ich hab jetzt auch nen Bogen. Jetzt brauch ich nur noch Pfeile. Das ist ja hier so gemacht. Und was ich bräuchte ist... Da. Du Spitzhacken hier mal geholt. So, wie viel Pfeile hast du denn? 35. Okay. Das ist ja einiges. Also unser Bett müsste eigentlich einigermaßen safe sein. Ja. Schauen wir mal. So, jetzt hab ich nen Bogen. Geh in die Mitte und sterb garantiert dadurch. Okay, ich sammle mal hier das ganze Zeug ein. Also... Ja, jetzt weiß er zwar, dass ich nen Bogen hab, aber er... Oh mein Gott, ich bin fast gestorben. Aber ich wollte ja das Gold hier unten haben. Also... Ich mach mir mal noch nen kleinen Scherz. Ah! Yes! Den Geld mit ner Mitte getötet. Die werden sich so abfacken. Ich bin wieder hier so übel, dass das Bett am Zubauen, das ist so ekelhaft. Hier ist ein unsichtbarer, glaub ich, oder jemand buckt hier rum, weil... Oh mein Gott! Ich bin tot! Guck mal, also die werden sich auf jeden Fall hüten hier. Bei uns. Ah, der hat mich runtergeschossen. Das Bett abzubauen. Ach man, ich hab leider unsere Mitte verloren. Oh. Ja. Oder Kälte. So, ich mach mir mal ne Rüstung. Oh, jetzt hab ich zwei Hosen gekauft. Jo. Ja, also ich geh heute hier mal großzügig rum mit in den Sachen. Sind wir eigentlich nur noch zu zweit? Warum sind wir nur noch zu zweit? Was? Unsere Teamkollegen sind geliebt? Ja, ich denk die ganze Zeit, warum seh ich eigentlich keinen mehr? Außer uns zwei Idioten hier rumgeiern. Ja, das hat mehr gegeben. Ach schade. Ja gut, dann geh ich jetzt mal in den offensiven Part und werd hier auch von rumzubauen. Ich dachte so, ihr macht das schon da? Kein Wunder, dass ich immer wieder irgendwie alleine war. Also Abschüttrechen hoch drei. Gelb wird sowas von gewinnen wahrscheinlich. Oh, Gelb hat mich nicht wirklich gemerkt. Ich weiß nur, dass die sich übelst abfacken. Äh, wo bist du denn gerade? Am Spons. Gut, weil Gelb kommt. Tschüss. So, ich hab ein Pfeil von dir aufgesammelt. Mit freundlichen Grüßen. Danke. Ach, nein, ich bin runtergesprungen, weil es zurückgepackt wurde. Oh. Ich hatte sieben Gold. Oh no. Ja, weil sowas find ich übelst scheiße zum Beispiel, weißt du? Oh Mann, warum? Ey, das... Oho, das regt mich auf. Warum? Die sieben Gold und den einen Pfeil, den ich dir wieder bringen wollte. Weißt du, es ist schade um den Pfeil. Sonst um nichts. Und die sieben Gold überhaupt nicht. Du bist so vertraurig, wenn ich Gold verloren hab. Quatsch. So, jetzt hab ich mich doch überhaupt nicht selten Gold. Äh, das einzig Gute ist, dass ich mich jetzt... Dass man hier sich echt schnell wieder ausrüsten kann. Ja. Und ich hab... Ich hab wieder ein... Wieso hab ich wieder ein Pfeil im Inventar? Mein Gott, ich schmeiß den mal wieder hin. Kill-Serie. Ich hab acht Smaragde tatsächlich. Einen. Nämlich hier ständig killen. Wir müssen nur aufpassen, dass keiner von hinten kommt, ne? Gelb buddelt sich nämlich da durch. Hinten. Ja. Ja. Die haben auf jeden Fall ne Insta-Brücke geworfen. Zu uns? Äh, ne, da hinten. Ich weiß nicht, ob es zu uns. So. Mein Gott, war das Bescheid. So, ich komm mal wieder mit sieben Gold. Mal gucken, wenn ich diesmal zurückgepackt werde. So, das heißt, ich werde jetzt ab jetzt sneaken. Sobald ich mit Verzüchtigen in der Base bin. Okay. Eine gewisse Zeit, so dass ich sicher sein kann, dass ich nicht zurückgeportet werde. So. Kann ich mir auch mal einen Bogen holen? Kann mir sogar einen besseren holen. Ja, komm. Gib mir mal was. Ist das unseres? Jo. Ne, wir sind grün. Jo, sagst du auch noch. Tina. War nicht nett von dir. Ja, aber Jo. Als ob mein Pfeil den nicht trifft. Was war das denn? Hm. Was ist das denn? Ich versuche hier den Roten gerade so ein bisschen. Mir zu schnäseln, aber. Wo genau bist du denn? Ja, bei Blau. Ah, okay. Ich versuche mir bei Blau den Roten zu holen. Natürlich. Aber, ey, komm. Wir, äh, gelb. Gelb hat kein Bett mehr? Nö. Warum hat Gelb... Warum hat Gelb kein Bett mehr? Was ist denn das denn? Das heißt, wir und Rot sind noch da. Ja. Rot ist weg zumindest. Von hier erst. Äh. Hat sich gerade Insta-Drücke gebildet bei uns. Sehen würde er, Leute. Möchte ich nicht gesehen hätte. Ja, jemand ist bei uns auf der, ja, Portinsel. Ob unser Schiff, wo unser Bett drauf ist. Ich darf natürlich jetzt auch nicht die andere Seite nicht, äh, umgedeckt lassen. Oh, fuck. Ich bin runtergefallen. Was heißt, du bist jetzt gleich wieder bei uns? Jo, aber ich hab nichts mehr jetzt, ne? Ja, aber du kannst dich ja, äh, einkaufen gehen. Ich kann mich einkaufen. Ja, du kannst dich einkaufen. Dann geh ich mich mal einkaufen gerade. Bitte. Kannst du dir fehlt mal eine Insta-Drücke besorgen, dass wir uns auch rüberwerfen können? Jetzt hab ich das Eisen gerade ausgegeben. Eine Sekunde schneller, aber mal. Entschuldigung. Ich brauche mir acht. Weißt du, das ist ein vier habe ich? Ich habe mir noch nie ein Insta-Drücke. Ich glaube, man braucht acht. Ich glaube, acht, ja. Ich brauche mich mal kurz ein bisschen hoch und hoffe mal einfach... Ah, da. Da steht er ja. Ne, doch. Nein, das ist ein Busch. Ich hab mir jetzt angewöhnt, mir immer ne Spitz... ... ne Spitzhacke direkt zu machen. Sechs. Okay, wieso? Ja, weil ich irgendwie immer rüberlaufen und nie ne Spitzhacke mit hab. Ist das der Blaue, der sich da so hochbackt bei uns? Wo bei uns? Oder hast du... Also ich bin hier. Also die grünen Blöcke sind von mir. Achso, weil von der anderen Seite von der Insel, da kommen ja... Was? Achso, da vorne ist grün. Äh, der Blaue, ja. Also ich hab ne Insta-Brücke, wenn du die willst, dann... ... muss ich runterkommen. So. Dann hol sie die. Jetzt muss ich also wieder runterkommen. Warte, ich komm aufs Schiff. Nein, ich komm schon. Ich komm nicht hoch, also musst du kommen. Wieso kommst du nicht hoch? Hast du Leiter! Kannst du nicht mal Leiter benutzen? Ich kann keine Leiter bedienen. Also, ich wusste... Warte, bleibst du mal hier? Achso, hier ist die. Achso, ich hab die ja hingeschmissen. Das Ei. Ich wollte schon sagen, gehst du wieder weg. Das Ei. Ei, 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 ei. Oh Gott. Was? Ich habe... Ja? Fucking 34 Gold. Ja, du kommst... Ja, weil blau ist einer, gelb ist einer und... Ich komm zurück und wir können uns die besten Lügen holen und Dingsschwerter, ne? Ja, okay, dann versuche ich jetzt einfach mal einmal rüber zu gehen. Mit der Instabrücke. Genau. Ey, ich... Nein! Die Instabrücke habe ich was umgebracht. Ich habe auf jeden Fall nur gesehen, wie du zurückgedingst. Ich mache uns auf jeden Fall jetzt mal hier... Hä? Fünf Überlebende? Achso, fünf Minuten. Was? Achso, fünf Minuten Überleben. Deswegen haben wir jetzt was bekommen, oder was? Ah! Gelb ist hier! Gelb ist hier! Wo? Hier ist die gelbe Instabrücke. Zu uns. Beim Porter. Achso, okay. Der ist gerade in diesem Moment entstanden. Das ist richtig fies. Aua! Aua! Einher! Na komm, zurück. Nee, komm ich nicht. Dann kriege ich Fallschaden und betont. Achso. Ähm, so lange kannst du eben noch abhalten. Solange wie du dich eben eindeckst, hast du genug Geld. Ich bin eingedeckt. Die können kommen. Gut. Ob ich den hier noch runterschießen kann? Ich lege dir da, wo das Eisen spawnt, lege ich dir ein Eisenschwert hin. Ja. Bogen. Und Pfeile, ja? Ja. Aua. Ah. Mal getroffen? Okay. Ich sneak mich so langsam nach vorne. Damit die mich nicht so einfach runterschießen können. Ich glaube, die haben sich da mittlerweile Leitern reingemacht oder so. Okay. Die Team! Gelb und blau Team. Die sind beide zusammen auf dieser, äh, äh, Dings. Und kommen immer abwechselnd hoch. Team! Okay. Alter, das ist verboten! Kannst du mal runterfallen, du Arschloch! Entschuldigung. Man darf nicht, Team! Haben die Bögen oder so? Ja, natürlich. Deswegen hab ich die ja noch nicht tot. Bist, bin tot. Ja, hol dir dein Zeug. Jetzt denken die, du hast nichts mehr. Ja. Komm, ich komm, ich komme. Ähm, Eisen hast du gesagt, ne? Gut. Äh, Rüstung wär noch ganz cool. Aber hol ich mir eben selber. Äh, kommen die? Ja, aber der backt übel zurück. Sag mir, dass wir den Zweibustel holen. Mein Gott. Ich bin so ein Held. Hey. Achso, ich hab so wenig Bronze für den Spitzer. Gebet's mich, Arsch! Das ist natürlich, du Mann, ne? Das ist ganz hart. Warum kaufst du nicht ein? Warum kaufst du nicht ein? Also ich seh jetzt keinen mehr da. Der Rote, der steht da oben. Die sind da garantiert noch. Ja, die sind sich aber jetzt am bekämpfen, ne? Echt? Sieht das zumindest aus, ja. Ja, kennen Sie mal. Der Gelbe schießt den Roten ab. Endlich. Ja, wieso Rot? Blau war da vorne auch. Blau und Gelb waren da vorne. Jetzt ist Rot und Ding. Oh, ich backe fest! Au! Ich hab einen Stein gesetzt. Ich auch, ich backe einen Stein fest. Ja, ich krieg Schaden. Oh nein, oh nein, oh nein. Bau den Stein ab, bau den Stein ab, bau den Stein ab. Ja, warte, du sollst ja einen eigenen Stein abbauen. Ja, hab ich schon. Dann rettest du dich. Was habest du? Gott sei Dank. Ja, das ist das Problem mit dir. Wir müssen aber auch von der anderen Seite aufpassen, dass da keiner kommt, ne? Ja. Moment, Blau und Ding ist da. Rot ist dann noch wahrscheinlich drüben. Ähm, wie ist es? Deckst du hier und ich guck mal, ob ich bei Rot was machen kann, weil da ja auch einer zu sein scheint? Ja. Warum lass mich zu? Was? Die sind sich, ähm... Der hat Gelb, Rot hat Gelb down. Der ist jetzt weg. Das heißt, wir haben nur noch die zwei Roten. Wenn du jetzt zu Rot rüber rennst, da dürfte nur einer sein. Ja, ich bin momentan dabei. Ich halte den Roten hier in Schach. Wenn ich nicht wieder jetzt in einem Stein fest bagge. Ich frage, es sieht er mich. Ob der kauft gerade einen und achtet gerade nicht so drauf. Nein, ich bin runtergesprungen. Oh, ich hätte es schaffen können. Scheiße. Fuck. Egal, dann hol dir schnell Gold. Ja, mach ich. Das war so richtig scheiße. Oh Mann, der hat gerade einen gekauft. Oh Mann. Ich hab Bock, dem da ein paar Schafe rüber zu schicken. Leute, ich sag sowas ungern, ne? Aber wenn ihr gerade bei Christina zurückkommt, den Fail müsst ihr sehen. Oh, war das ein Fail. Oh, das schaff ich mir. Ich war schon so gut wie auf dem Schiff und springe dann daneben. Rot ist hier oben bei uns. Lasst ihn ruhig runterkommen. Ja. Ich muss mich eh eben kurz ergucken. Ich bringe mal eben ein Pferd. Weppi-Rüstung. Oben. Ein paar Pfeile. Ich hab genau ein Pfeil kaufen können. Ich habe vergessen, dass man dafür, äh, Eisen braucht. Ups. Ich hab noch Eisen. Aber hier, so. So geht's auf. Pass auf, der andere Rote ist auch. Äh, ich hol mir den hier Bett. Ja. Ach, das heißt, die sind hier bei uns. Ja. Äh, die holen jetzt gerade unser Bett. Äh, da ist ein Kryptonit. Wo ist denn rot? Welche Seite? Genau, geradeaus durch. Geradeaus durch. Ah, Mist. Ja, die kriegen unser Bett, weil die mich totgekriegt haben. Bis die durch sind, bin ich schon wieder zurück. Hoffen wir's mal. Nervt den einen mal ein bisschen mit der Faust. Boah, das wäre ich fast so runtergefallen. Hoffen wir mal. Hoffen wir mal, ne? Kann dir natürlich auch hinterherlaufen, das probieren. Ich hab mir mal ne Eisenspitzhacke gegönnt. Ja, beeil dich mal. Bitte. Weil ich glaube, die denken, dass ich hier die ganze Zeit einfach nur versuche, hochzukommen. Ich bin gerade das Opferlamm. Oh man, wenn die unser Bett kriegen, bin ich sowas von tot. Ich mach mal Save, auf 1, auf Save hier. Ah, die haben Kryptonit auch, ne? Natürlich. Warte, ich komm, äh... Halt die mal auf Schach. Ne, lass die mal ruhig. Versuch die einfach zu töten, dann sind die bei uns... Ey, ich kann die nicht schlagen! Oh man, ist das geleckt. Dann sind die bei uns wenigstens abgeleckt, währenddessen ich hier abbaue. Ja. Das mach ich auf jeden Fall. Ist das unser Bett gewesen? Ja, das war unser Bett. Ich komme. Hilfe! Halbes Leben! Die schießen mir hinterher! Oh man, ich glaube, ich komme hier nirgends wohin, ne? Scheiße. Scheiße! Ich bin damit umgefangen. Na, 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 na. Die haben Milch, die haben Milch! Hilfe! Krass, Dina, du musst es schaffen! Du täusch mich nicht, Mann. Ja, bis ich das hier durch habe, ist... Ja, das muss ich so sagen. Hast du dich wenigstens hinter dir noch zugebaut? Ja, klar. Aber hier ist eine Kiste, das dauert ewig. Also, wenn sie schlau sind, dann wissen sie, wo du bist. Aber die gucken gerade überall. Alter, ist doch klar, wo du abgeblieben bist! Okay, ich goze nicht. Ich bin ja gesneakt. Ja, aber überleg doch mal. Du hast das Bett von einem Team abgebaut. Das gibt nur noch euch beiden. Wo findet man also den Gegner? Oder die dachten, weil ich dich die ganze Zeit genervt habe, dass wir beide da sind. Ja, das kann doch nicht sein. Alter, sind die blöd! Die gucken, die Kasse sei zu uns! Ja, lass sie, lass sie, lass sie ruhig. Ich bin tot! Kann ja nichts machen! Ich bin tot, tot. Tot, tot oder tot? Tot, tot. Die schreiben gerade miteinander. Ich wusste gar nicht, dass man den Teamchat lesen kann, wenn man tot ist. Das ist ja geil. Alter, man, wie lange brauchst du? Ja, ich kryptonit und so. So, jetzt merken sie wohl langsam, hm? Irgendwas stimmt da nicht? Hä? Was ist mit denen falsch? Bist du ihn hier ernst? Naja, die, die, die eine beballert gerade seinen Team-Mail, weil er bei uns anscheinend ist. Also, ich verstehe gerade nicht, was hier los ist. Hä? Ah, okay. Oh Mann, das ist die geilste Runde, die ich hier hatte. Oh Mann. Aber es gab schon lange keine Legs mehr. Nö. Unsere Espektator. So, jetzt macht Christine die natürlich noch fertig. Natürlich. So, logisch. Seht euch diese Graz hier an. Anmutig. Was macht denn Puffy? So, Puffy. Was kann Puffy? Puffy. 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 Puffy, was auch immer Puffy kann. Ich hab keine Ahnung, ich wusste nicht mehr, dass man Puffy kaufen kann. Puffy kann man kaufen. Was macht Puffy? Ich hab keine Ahnung, wahrscheinlich instant tot. Ich weiß nicht, was Puffy macht. Wahrscheinlich einfach nur, damit man Puffy haben kann. Weiß es nicht. So ein GLP-Item, wie teuer ist denn Puffy? Puffy. Puffy wirft. Was? Wie teuer ist denn Puffy? Zwei Gold. Wow. Oh. Ah. Da hat Angst bekommen. Da hat er jetzt Angst bekommen. Unterschätze niemals meine Bogenfähigkeit. Das sage ich denen immer wieder. Allen. Alter. Und zwar allen. Ich hab 60 Einsen. Das kann man damit anstellen. Beide kaufen. Oh, Kassina. Was denn? Pass auf dich auf. Was hast du in den Toast? Was ist der? Der ist beim Schiff schon, ne? Ich weiß das. Ich hab den gesehen. Ach, ob der mich bohshootet hier. Ja, natürlich. Oh Gott, bist du... Wo bist du? Halbes Herz. Ach, da bist du. Ja. Ich hab den gerade von außen Blick verloren. Oh. Ich hab den aber noch gekillt. Echt? Zumindest den einen noch. Aber ich hatte auch nur noch ein Herz. Ich hatte nur noch ein Herz. Okay. Ich musste mich in die Ecke verkriechen. Aber Puffy scheint tatsächlich hier... Man kann Tränke werfen. Und zwar drei oder vier Stück. Ich vermute Heilung vielleicht. Oder Vergiftung. Weil Puffy ist ja ein... Giffisch. Ein Giffisch. Ja, man weiß es nicht. Aber wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst doch vielleicht mal eine kleine, aber feine Bewertung da. Guckt auch mal bei der Shionaya vorbei. Die ist natürlich unten verlinkt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.